Wir sind bei der Tierrettung Portugal e.V. Ein sehr guter Verein. Von dort habe ich selber einen Hund erhalten, vor ein paar Jahren unseren dicken, fetten Palou. Nein, so dick war er nicht, aber er war dick. Er war damals wirklich 12 Jahre alt, er hatte noch gute zweieinhalb Jahre bei uns. Leider ist der dicke gestorben, toller Hund, wirklich Hammerhund. Und eine gute Freundin, die Trude, hat seit ungefähr sechs Monaten über diesen Verein ihre Lina gefunden. Und beide sind nun ein Dreamteam. Ich bin hier auf tierrettungportugal.v, tierrettung-portugal.de, unter Tötungsstationen. Was ich auch nicht wusste, dass es in Portugal noch Tötungsstationen gibt, weiß ich. Portugal ist ein schönes Land, bin nett Männchen, kenne ich von der Arbeit her. Aber die Tierheimer sind so lala, naja. Zum Thema, Hunde in staatlichen Tierheimen. Wir helfen auch, wenn möglich und so gut es geht, den staatlichen Tierheimen. Denn auch diese sind immer überfüllt, leider, auch in den warmen Ländern. Und was das heißt, kann man sich denken. Bei Interesse kontaktieren. Kontaktiere uns unter Angabe, der im Bild zu sehen, in den Identifikationsnummern oder Namen. Möchtest du mehr über den Ablauf der Vermittlung von Hunden aus den staatlichen Tierheimen erfahren, kannst du hier mehr nachlesen. Schauen wir mal gerade. Vermittlungsablauf. Das verlinke ich. Das lege ich dir nicht alles vor. Es geht mir eher um die Hunde. Festland Portugal. Diese Hunde befinden sich in einem staatlichen Tierheim auf dem Festland Portugals. Die Hunde dort werden nicht gesehen. Keine Vereine oder Organisation helfen dort. Schade. Für mehr Infos, schreibe uns bitte eine Nachricht über das Kontaktformular. So. Sehr schöne Hunde. Die fahren sehr gut. Lächeln, Adopnie. Oh Gott. Nicht ganz wieder. Auch kleine Maus. Ah, tut mir die Hunde leid. Niemand sieht sie. Ältere Grauschnauze. Toll, da der. Portugal Tierschutzverein sich drum kümmert. Tier rettet in Portugal, dass die Hunde gesehen werden. Ach nö, der war knuffig. Ach nö, der war knuffig. Okay. Ricky, Rafa, Felicia, Prinzessin, Iva und Cefas warten. Suchen, suchen ein gutes Zuhause in Deutschland. Und wie es aussieht. Freundliche, liebe, süße, tolle Hunde, die leider nicht gesehen werden. Okay. Wer einen tollen Hund will, gerne einen aus dem Süden. Portugal ist ein schönes Land, ein Reiseland. Leider genau wie Spanien. Gibt es da noch zu viele Probleme mit überfüllten Tierheimen. Und, ja, genau. Schauen wir mal gerade weiter rund aus. E-Mentötung. Azoren, Ponta, Tilgada. An dieser Stelle werden die aktuellen Hunde in die D-Mentöne auch geführt. Besteht es denn uns eine Nachricht? Aktuelles Album. Okay. Da ist kein Link hinterlegt. Das müssen wir so mal öffnen. Das geht jetzt nicht. Genau, kurz auf Facebook. Bin ich da nicht angemeldet? Ach, ne, genau. Ach, ne. Ach, so viele Hunde, so viele Hunde, so viele Hunde, so viele Hunde. Also links setzt ich auch mal unten rein. Ach, Husky und, was ist das? Border Collie ähnlich. Es gibt so viele Hunde auf der Welt, die, ach, ne, die bei einem Angst, ach, ne. Labrador. Ach, ne, kleine Maus. So viele tolle Hunde, also Züchter ist absolut meine Meinung nach. Unsinn und Togge sogar. Ah, sie Toggen ähnlich aus. Oh mein Gott, ey. Okay, ich verlinke das auch unten in der Beschreibung. Das verlinke ich auch, wer diesen Sex eine Chance geben will. Toller Hund, toller Hund, toller Hund, toller Hund, toller Hund, toller Hund. Und ich verlinke das hier oben im Video und nochmal in der Beschreibung. Und dann gebt denen eine Chance. Ich denke mal, die haben es schwerer aktuell, als wir die noch folgen. Ich mache jetzt, in den nächsten Tagen, noch mehrere Videos über die Hunde in Portugal. Aber zuerst sollen diese gesehen werden. Schöne, schöne Hunde, die hoffentlich bald ein tolles Zuhause finden. Ich drücke euch die Daumen. Bis dann. Och lasstس. Schöne. Vielen Dank.